Ich meine, du wollen ja nicht alle Schauspieler werden, oder? Willst du Schauspieler werden? Ja. Schweigen im Wald. Keiner will hier Schauspieler werden. Also, jeder kann obdachlos werden. Genau. Wir machen ein Stück für Kinder ab 8 bis 11. Das ist eine schöne Zeit, wo man den Kindern quasi Augenhöhe zeigen kann. Ja, ganz witzig, ganz witzig. Wenn man das hier hält, geht das ohne. Ja, halten musst du schon. Man muss viel aushalten ohne Wohnung. Ich finde, es lohnt sich mal hinzugucken. Also, wir haben vergessen, dass das Menschen sind und dass das Leute sind, die was erlebt haben. Sehr oft sehr heftige Schicksalsschläge. Sie träumen von... Nachs. Das ist doch traurig. Wir arbeiten natürlich nicht mit der roten Nase. Aber natürlich ist die Technik der Clowneries da. Die ganz großen Komiker und Clowns, wie zum Beispiel Fellini, die arbeiten immer mit der Dynamik zwischen was ganz traurigem und was sehr, sehr lustig ist. Sachen, die wirklich tief traurig sind, die hält man nur aus, wenn man ab und zu drüber lachen kann. Wenn ich kein Zimmer bin, dann bin ich eben eine Waschtasche.